Charly? Karl Schmidt? Ich weiß das nicht. Was machst du denn hier in Hamburg? Ich dachte, die hätten dich da was nach Bielefeld gebracht, weil du da herkommst, oder was? War in Hamburg, Raimund, weil meine Mutter hier wohnt. Wie lange ist das jetzt her, dass du aus Berlin weg bist? Und was ist das überhaupt für eine Gegend hier? Fünf Jahre, Raimund, und das hier ist Altona. Schon klar, der Bahnhof heißt ja Hamburg-Altona, aber was ist das für eine Gegend? Weiß nicht, ich wohne hier. Na dann, groß Käffchen, Charly. Auch ein Bier. Ich darf nicht mehr, Raimund. Darfst du denn kiffen? Ich darf gar nichts mehr. Aber ich krieg doch immer so Pillen. Was gibst du denn da so? Das ist nicht die Art von Willen, an denen du Spaß hättest, Raimund. Wahrscheinlich, ich soll es doch mal sowas ja wohl angeboten kriegen. Wie bei dir, Raimund? Was läuft denn immer so? Oh mein, Charly, I love it. Alles Tibi-Tobbi. Boom, boom, reaktion, es kennst du doch noch. Den Club, das Label, jedenfalls kam da plötzlich einen Arsch aus dem Label und hat uns von dem Geld zugeschissen. Das hätte ich im Leben nie gedacht. Ich meine, wir waren ja Realisten, oder? Ich ja nicht so. Und Ferdi? Immer dabei, Charly, alles mit Ferdi. Der Club, das Label, alles. Der gute alte Ferdi, der ist doch schon bei 50 Liter erst mal rein und du darfst überhaupt nichts mehr nehmen. Gar nichts. Nur Kaffee und Zigaretten. Muss hart sein. Muss hart sein. Muss hart sein. Aber irgendwie auch geil. ganze Zeit. Muss hart sein. Muss hart sein. Muss hart sein. Und du darfst überhaupt nichts mehr nehmen, gar nichts. Nur Kaffee und Zigaretten. Nur Kaffee, nur Kaffee, nur Kaffee, nur Kaffee, nur Kaffee, nur Kaffee, aber irgendwie auch geil. Nur Kaffee, nur Kaffee, nur Kaffee. Nur Kaffee, nur Kaffee. Nur Kaffee, 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 nur Kaffee. Kein, 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 kein. Auch ein Bier? Ich darf nicht mehr, Raimund. Kannst du denn kiffen? Ich darf gar nichts mehr. Aber ich kriege immer so Pillen. Was gibt's denn da so? Das ist nicht die Art von Pillen, an denen du Spaß hättest, Raimund. Wahrscheinlich so wird man sowas selber um angeboten kriegen. Gar nichts. Rosazani. Rohrkaffee. Rosazani. Aber irgendwie auch geil. Charli? Karl Schmidt? Ich weiß das nicht. Was machst du denn hier in Hamburg? Ich dachte, die hätten nicht da was nach Bielefeld gebracht, weil du da herkommst, oder was? Mein Hamburg. 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 Mein Hamburg.